Petro Maria Atola Urusche ist ein ehemaliger spanischer Fußballspieler. Spielerkarriere Atola begann seine Torhüterkarriere bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian 1967. 1973 kam er in die erste Mannschaft und blieb dort zwei Jahre, ehe er zum spanischen Großklub FC Barcelona wechselte. In neun Jahren in Kataloninen gewann der Basque dreimal den spanischen Pokal und einmal den spanischen Zupac ab. Weiters gewann er in der Saison 1978 79. im Finale gegen Fortuna Düsseldorf den Europapokal der Pokalsieger. Diesen Erfolg konnte Atola diesmal als Ersatztorhüter in der Saison 1981 82. wiederholen. 1978 wurde er als bester Goalie der spanischen Liga ausgezeichnet. International spielte er zwar nie für die spanische Nationalmannschaft, war jedoch Ersatztorhüter bei der Fußball-Europameisterschaft 1980 in Italien. Spanien schied in der Gruppenphase als Gruppenletzter aus. Erfolge Dreimal spanischer Pokalsieger Einmal spanischer Zupac ab Zweimal Europapokal der Pokalsieger Bester Torhüter der spanischen Liga Bester Torhüter der